Ne? Wir gehen jetzt rein. Mit Zimt? Ja, mit Zimt. Wir beerdigen mit Zimt. Ich habe meinen Kaffee schlecht getimt. Warte erst bald alle. Äh, aber wir haben Predigttag erstmal. Dann würde ich sagen, dann mache ich vielleicht doch das eine hier fertig. Zwölf Balken, zehn Nägel, vier Holzbalken. Warte mal, haben wir Nägel? Exakt vier, perfekt. Ah ne, ich brauche... Hiervon brauche ich vier. Ich brauche noch sechs Nägel. Luna, ich grüße dich! Lutig, vielen, vielen Dank, dass du Luna versagt hast. Und Luna, viel, viel Spaß damit! Oder ich brauche zwölf, nicht zehn. Viel Spaß mit den Sub-Emotes. Wie geht's dir? Alles tutti? So. Aber genug. Ich weiß zwar nicht, was ich damit bauen wollte, aber ich lasse mich mal überraschen. Oh, und mir fällt noch was anderes ein, was ich ausprobieren wollte. Und zwar hatten wir doch noch einen Bluteimer. Ich glaube, den haben wir im Keller. Vielleicht können wir den entleeren. Das wäre halt lit. Wie geht's gut? Nice. Wo muss das? Mit Kaffee? Ja, genau, genau. Warte, erst mal dein Reisrezept ausprobieren. Ausprobieren. Welches Reisrezept? Balken. Nicht planken. Das Alchemierregal. Okay, nochmal zurück. Balken. Zwölf Stück. Ich hab's ja auch gesagt. Balken. Eieiei. Machen wir heute noch ein schönes Süppchen. Oh, was für ein Süppchen denn? So, klassisch. Schöne Suppe. Zwecks der Erkältung oder was Spezielleres? Eines, welches Blut mir geschickt hat. Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber ich bin neugierig. Das weißt du doch. Wir haben schon ein Alchemierregal gebaut. Wir brauchen kein zweites. Wieso hab ich's nicht durchgestrichen? Gut, Chat. Läuft gut. Läuft gut. Läuft in Ordnung. Ich bin nur ein bisschen dämlich. So, wo haben wir den Eimer? Da. Bitte lass den auskippen. Ne, geht nicht. Schade. Schade. Ich kippe den Eimer. Das leider auch nicht, ne? Den kämpft Blut raus. Schade. Ja, aber es ist vier Blut. Und ich brauch zehn. Läuft rückwärts bergab, aber es läuft. Ich mach Essen heute nur warm. Was gab's denn bei dir nochmal? Ich weiß. Ich wusste nicht. Ich hab aufgepasst, aber ich hab's vergessen. Das Game ist auch interessant. Ich liebe es. Oh, warte mal. Können wir noch Kerzen herstellen? Ich hab die... Ich hab... Ich war bei den Bienen nicht. Wir haben auch nicht genug Fett. Nicht genug Fett dabei. Machen wir jetzt erstmal gleich die Predigt. Seide müssten wir vielleicht auch mal kaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir das selber herstellen können irgendwie, aber ich denke mal, wir werden das mal kaufen, damit wir hier was Besseres herstellen können. Tice. Ich lass jetzt einfach mal die Ressourcen hier, falls wir die brauchen. Ne. Die andere Predigt. Und dann machen wir das mal. Es ist Qualität 43. Wir müssen 50 erreichen. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist glässt. Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. Arabica. Geröstete Bohne des heiligen Kaffee-Papsters. Stimmt. Lasagne war das. Stimmt. Stimmt. So war das. Mh. Lasagne ist immer gut. Wieder ein Handelssegen. So. Dann packen wir das hier wieder rein. Haben wir noch andere Quests mit dem Episkop. Ne. Nur 50 Stufe hier in der Kirche und 200 Friedhof. Das heißt, wir würden wahrscheinlich zukünftig jetzt doch wieder beerdigen. Also auch beerdigen, weil ich hab noch ein Achievement mit der Hinsicht. Und zwar 50 mal beerdigen. Ähm. Muss man nach Hause wieder ein bisschen schneiden. Schaff ich das noch? Ah, nicht komplett. Ich hab nur einen Burger. Hab ich... Ach, da wär noch fett gewesen. Ähm. Aber wir werden hier jetzt erstmal in den Kerker gehen. Das heißt, ich werd hier jetzt erstmal ausleeren. Was wir nicht brauchen. Und dann hasseln wir da erstmal durch den Kerker, bevor wir dann wirklich die ganzen Quests wieder weitermachen. Wie war der Blütensalat? Blüten sind ein bisschen bitter. Nimmt. Deswegen. Wegen des Blütensalats. Genau. Das sah interessant aus. Würde ich zwar nicht essen, aber sah interessant aus. Oh. Kein Brennholz mehr. Können... Müssten vielleicht mal Kohle fördern. Wir haben mehr davon. Machen wir das doch mal. Äh... Steinbruch. Ja, ähm... Für die, die jetzt noch nicht so richtig dabei wären. Ihr merkt schon. Man kommt nicht hinterher. Man wird ständig abgelenkt. Wir haben eigentlich schon die ganze Zeit was Bestimmtes vor, aber... Die Ablenkung ist real. Na, hast du weiter? So. Das muss erstmal reichen. Erkennen wir mal die ganze Kohle rein. Oh, das ist ja richtig... Oh. Das bisschen hat schon gut ausgereicht. So. Was lassen wir hier? Ähm... Ich würde mit voller Power reingehen wollen. Da ist noch mal kurz schlafen. Gucken wir mal vielleicht noch einen Burger hin. Ne, da brauchen wir vier. Zwiebeln hätten wir mehr als genug. Ich müsste jetzt eigentlich noch zwei fertig werden. Egal. Let's go. Let's go. Choose them all. Ja, und hier brauchen wir noch einmal Skelette. Und nochmal ordentlich Blut, damit wir die 10 Punkte... Äh, 20 Punkte hier voll haben. Für ein Ritual. Aber wir wollen erstmal hier weiter sterben. So, da waren wir schon. Ich glaube, es war nur noch der letzte oder vorletzte Raum oder so. Hier drin sind wir leider schon zweimal gestorben auf dieser Ebene. Ja, der Raum war es. Schwierig. Bei den Spinnen weiß ich nicht, wie ich sie dodgen kann. Ich weiß es nicht. War auch nicht gut. Aua. Kommst du? Okay. Uh. Wollen wir mal. Können wir da was machen? Nö. Boah, die Kerzen lupen. Das wäre natürlich jetzt nice. Da unten ist schon die nächste Ebene. Ähm, warte mal. Der Braff bei Burger ist... ...nur Energie. Vielleicht hätten wir noch Heilung herstellen sollen. Oh, hier hat gar nichts da. Ah. Ah. Wäre das mal gut. Okay. Gut. Endlich. Ebene 9. Ah. Scheiße. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Irgendwann der Spinne baiten lassen. Ja, toll. Heilung. Silber Nugget. Okay. Das war zumindest schon mal eine Sackgasse. Das ist gut. Zumindest eine frühe Sackgasse. Das mag ich. Was bist du denn jetzt? Okay. Ich mache das immer drei. Okay. Ich muss hier genau alle ran. Moinzen! Extravesome! Wie geht's dir? Alles tuti. Gott. Und Burger bringen einen Buff für Angeln. Man kennt's. Kürbiskirn. Ah, wir müssten vielleicht mal Dünger auch leveln. Das ganz... Können wir. Okay. Gelevelt. Kirchenarbeitstisch, Werkbank. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Kann ich klagen uns selbst? Ja, ich kann auch nicht klagen. Ich bin kein Anwalt. Ah, ah, ah. Oh Gott. Es tut mir leid, Chat. Ey, das ist ja richtig fies da oben. Wir müssen die legen. Was? Wir haben Arbeit. Wir haben noch Karotten draußen. Wie uncool. Nice. Schwarzer Schleim. Mehr. Uh. Gut ins Bett gefunden. Was habt ihr wieder angestellt? Vor allem, Marco, wie sieht's aus mit deinem Bett? Holla, die Waldfee. Nur die Energie ist alle. Okay, ich muss abbrechen. Ach, von hier aus geht das gar nicht. Ja gut, dann sterben wir jetzt erstmal eine Runde, was? Ist einfacher. Nein. We are dead. Wir sind Vater. Stirb. Ey, notikst du nicht. Wir nehmen sie sich. Ach scheiße, wir haben das woanders hingelegt. Oh, sowas von voll hier. Ja, das kommt hier nicht rein. Der ist wohl noch rein. Lassen wir mal einen Vater. Ähm. Oh, noch ein bisschen Metallschrott. Das ist gut. Der ist gut. Einmal lagen gestern vier virtuelle Leute in einem Bett. Das verbuche ich als Erfolg. Ähm. Okay. Äh, okay. Die ist voll. Okay. Ähm. Guck mal. Nein. 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 Was mag ich hier? So viel brauche ich nicht. So. Einmal kurz pennen. Dann kümmern wir uns um die eine Leiche noch schnell. Und dann gehen wir wieder in den Kerker. Das heißt, wir nehmen mal das hier noch mit. Das werden wir jetzt gleich brauchen. Und Burger können wir machen. Ich lag zuerst im Bett. Okay. Die anderen haben sich auf mich draufgekauft. Okay. Hey. Ähm. Ich spiele einfach mal weiter hier. So. Acht Burger. Nice. Ach, come on. Was liegt denn hier noch? Der Baumkerne. Gut. Der Wein. Bark und Pixary sind in dein Haus gelaufen. Ich dachte, es gibt einen Notfall. Okay. Es wird noch eine Leiche kommen. Äh. Ich glaube, dann würde ich mal die eine Leiche noch abwarten, bevor wir in den Kerker gehen. Das wird zumindest besser. Dann können wir ja vielleicht ganz kurz auch noch mal uns um den Wein kümmern. Die Haut brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber Fleisch. Haut. Vielleicht wird er etwas zahm. Nee, den verbrennen wir. Warte mal, Knochen. Ja, okay. Wir verbrennen ihn lieber. Der ist ein bisschen negativ eingestimmt in der Nachwelt. Ach ja, klar. Natürlich haben wir jetzt gerade nichts hier. Natürlich. Natürlich. Also ich merke schon, ihr hattet viel Spaß, wa? Ich könnte aufbauen. So. Äh. Nee, ich würde erstmal hier rein. Noch kurz aufräumen. Ja. Da kommt Somnia drauf. Zunehmlich. Ach ja, stimmt. Wir haben das woanders drin. Äh. Ist auch schon voll. Das ist ja ein bisschen ungünstig. Haut. Äh. Ach komm, scheiß drauf. Ich pack das jetzt alles hier rein. Ja. Natürlich habe ich jetzt keine Energie zum Bauen, ne? Gut. Burger essen. Mit Kissen, ja? Äh. Brauchst du nicht lang. Da belebe ich dich nur wieder. Mehr nicht. Bis auf, dass Doc und Marco übertrieben haben mit Pflanzen und die ganze Scheiße ständig gegossen werden muss. Ja, was? Was? Ach, ich hätte es gar nicht. Egal, die nächste Leiche ist da. Ich hätte das gar nicht bauen müssen. Das war ja schon direkt fettisch. Neue Hashtag. Zimtis Fantasien. Ähm. Schädel brauche ich jetzt keine mehr. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Blut hier raus und Fett. Und Fleisch natürlich für mich. Ich habe Hunger. Den können wir beerdigen. Der ist positiv Gestimmt So Ähm Ja komm hier So So Haben wir hier noch was Übergangsweise drin Ja Juli Kram Aber das muss erstmal reichen Das können wir irgendwann anders besser machen Ach wir hätten das gar nicht rausnehmen müssen Das ist ja direkt noch egal Uh hat grad noch gereicht So Guck mal meine dicken Kürbelse Oh Wie schön Gut jetzt wird jetzt natürlich erstmal keine Leichendieferung mehr kommen Das heißt wir können uns jetzt mal Ganz in Ruhe Die Arbeit kümmern Kramik ohne können wir zwei machen Da fehlen ja noch drei Das heißt wir brauchen uns nicht darauf konzentrieren Etwa hier drin Oh warte mal Blut lassen wir mal hier Was ist das Handelssägen Das hat hier nichts zu suchen Das Salz kann hier auch raus Das heißt dann kann ich das erstmal hier packen Und das auch Schlafen Ich glaub Marco muss ja weil was jagen Was Ich versteh gar nicht Warte mal wir können ja mal wegen Heiltränke gucken Das hier nochmal kurz kochen Warten Marco wenn du gejagt wirst Wie hast du dann Zeit zum chatten Ja richtig Marco Richtig Was hat jetzt die Dünger Ah ja Dann verschiedene Rezepte wahrscheinlich Ja Guck mal wie sich das auffüllt Je nachdem was drin ist Schon cool Oh ich hab keine Ahnung wie Heiltränke gemacht werden Das ist ja noch besser Gesundheitspuder und Ne Blut verschwende ich jetzt nicht Das brauchen wir Gesundheitslösung mit Lebensbruder Errungenschaft Lehrling Okay was Was ist es Checkpot Checkpot Das war jetzt Luck Das war jetzt gut geraten Alles klar Zwei Heiltränke Das heißt dafür brauche ich die Gesundheitslösung Und die Gesundheitslösung bekommen wir aus Karotten Alles klar Gut So Jetzt hab ich das wieder dabei Egal Gut hier rein Elfte des Brutes haben wir schon Aber ich würde den Kerker gerne vor dem Ritual fertig haben Das mit den Heiltränken Das freut mich jetzt wirklich Das war jetzt gut geraten Oh nice Was Neues Ne Stimmt was war wegen der Heilskette Haben wir mit Frau Anmut gesprochen Aber ihr wollten wir dir eine Geschichte abgeben Ob das durchgehen würde Aber wir wissen ja nicht ob es eine Liebesgeschichte ist Freche Sonja Ist ja wirklich Ist ja wirklich Gut Let's go Das einzige worauf ich gerne achten würde Wäre Natürlich der Tag für die Predigt Weil wir das ganz gut gebrauchen können Die ganzen Punkte Das ist ja wirklich Ich gehe Ich gehe 備 Trag diese Dinger nicht. In die early. Du musst nur hier unten hinkommen. Äh, geh dich da rum. Diesen Viechern habe ich noch nie Schaden bekommen. Ey. Scheiße. Ist jetzt ungünstig hier. Das war nicht gut. Puh. Paltrank. Skullgeräusche. Skullgeräusche. Gut. Hier, da ist schon der Ausgang. Natürlich ist da einer. Au. Au. Ich versuch's schon. Au. Aber versuchen ist nicht, äh, schaffen, ne? Ähm. Hier ist nix drin. Hier ist nix drin. Schnell mal Burger essen. Wir müssen leider jeden Raum klären. Das ist halt die Geschichte. Rucks. Das war knapp. Versuch, mach klug. Äh, ja. Ey, was wird, wenn da noch für Monster kommen? Ist ja richtig schlimm. Aber ganz kurz vergessen, wie Mathematik, äh, funktioniert. Jetzt. Okay. Haltrank. Oh, Keramikschüssel. Könnte ich gut gebrauchen. Äh, ich schmeiß mal das weg. Und drüben Samen auch. Nice. Gibt's da keine Rüstung, die man tragen kann? Oder bessere Waffen? Ähm, bessere Waffen gibt's schon noch. Kann ich noch nicht herstellen. Und Rüstung gibt's auch. Aber das ist noch die Anfangsrüstung. Der müsste ich noch leveln. I guess. Warte mal. Wir können ja mal gucken. Wie sieht's denn da aus? Kampfkünste zum Beispiel könnte man auch noch. Aber fehlt noch. Dabei. Stahlzeug. Hast eigentlich recht. Wir machen mal Stahlwaffen jetzt. Das hört sich doch gut an. Dann werden wir mal ganz kurz zurück. Ach ja, ich muss hier raus. Na gut. Ich bin auf Ideen, ja? Ja. Ich hab nämlich ganz vergessen, dass ich ja ganz viele blaue Punkte bekommen hab. Stahl... Stahl... Stahlteile. Können wir Stahlteile denn schon herstellen? Ne. Kann ich noch nicht. Ähm... Wir finden die Stahlteile. Einen und Fünf. Das ist jetzt nicht den Ernst. So, da haben wir den einen. Wieder nur einer. Verdammt. Ne, vier sind's jetzt noch. Handwerkliches Geschick. Ja. Hätte ich vielleicht mal aufräumen sollen, ne? Machen wir Burger. Ne, warte mal, die kommen nach oben. Die kommen nach oben. Auch nur grün? Ja, gut, ey. Ja, gut, ey. Dann machen wir halt mal... Keine Ahnung. Irgendwas Simples. Irgendwas Simples. So. Irgendwas Simples. Dann können wir jetzt... Die Stahlteile herstellen, die wir aber dann auch erstmal brauchen hierfür. Wo mache ich denn die Rüstung? Bergbank für Holz. Ja. Achso, das ist alles im Moment hier. Bergbank für Holz zwei. Wir müssen das noch aufwerten. Das ist ja noch eins. Moment. Kann ich noch gar nicht. Bergbank für Holz zwei. Oh, verdammt. Den kriege ich hier erst. Okay, gut. Ähm, die Rüstung schafft man noch nicht. Stahlschwert würde funktionieren. Schade. Regeln kann man immer brauchen. Richtig, richtig, richtig. So, zwei Stahlteile. Ach ja, wir müssen den erstmal verbessern. Drei Komplexe und einmal Stein. Und Dennis, wunderschön, ich grüß dich. Wie geht's dir? Alles Tutti? So, dann wetten wir den erstmal auf. Wow. Müde. Wieder müde. Okay, wir schlafen. Gut. Ähm, ja. Was für ein Rattenschwanz sich hinter einer kleinen Idee verbirgt. Ja, das ist das große Problem in diesem Spiel. Es zieht sich voll durch. Das ist schon Wahnsinn. Deswegen, man wird so leicht abgelenkt von etwas, was man machen möchte. Das ist Wahnsinn. Stahlteile. Keramikschüssel. Das reicht ganz. Okay, wir geben ordentlich. Keramikschüssel brauchen wir auch. Brauchen nämlich auch wieder Urnen. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal Lehm fördern. Stallteile machen wir jetzt wirklich mal alles, was geht. Dann hole ich mir jetzt erstmal Lehm. Nicht gut, wäre eigentlich verabredet, aber Kopfschmerzen sagt nein. Oh, gute Besserung. Ach Mensch. Das ist schade. Das ist schade, aber ist jetzt die Zeit wieder, ne? Bei dem ganzen Wetterumschwung. Wieso kommt die jetzt nur einzeln aus? Das ist frech. Ja, okay. Das ist viel, was wir machen können. Vielleicht zu viel. Wir machen mal sieben. Das ist eigentlich so viel. Hätten wir gar nicht gebraucht. Äh, heute. Gut. Ähm. Ganz ehrlich, so ein zweiter Ofen wäre echt nicht verkehrt. Muss nicht diese Stufe haben. Aber wäre nicht verkehrt. So, Stahlschwert. Nice. Können wir dieses Schwert verkaufen? Ist auch gut. Ähm. Oh, hier ist auch schon wieder voll. Machen wir einen zweiten Ofen, Mann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal verkaufen. Würde ich sagen. Aber zuerst noch schnell hier oben. Oh, nee. Wir kommen hier nicht mehr durch. Durch den neuen Ofen. Ist ja, ist ja Schiete. Ist ja richtig Schiete. Hier ist schon längst alles fertig. Das hier weg. Oh, richtig nice. Richtig nice. Äh, neue Dünger. Sollten die neuen Dünger mal herstellen. Was hieß Werkbank? Schau mal. Werkbank. Was ist denn jetzt die? Äh. Kirchenarbeitstisch, Werkbank. Was ist jetzt die Werkbank? Die Kreissiege. Das ist Werkbank für Holz. Werkbank ist hier nicht mit dabei. Also wahrscheinlich wirklich im Kirchenkeller. ganz genau. Ganz genau, Lothik. Gutes Trömer kann Mods time outen. Ja, und dann werden Mods, äh, anmodet. Schlimm, ne? Der ist nicht schlimm. Wachstumsbeschleuniger. Energieelixier. Ich hab jetzt sowieso drauf vergessen. Alles klar, wir machen das jetzt einfach ganz normal. Nein. Warte mal, wenn wir schon hier unten sind. Tschüss, Lothik. Warum auch immer. So. Machen wir mal Wein hier drin. Den Rest pflanzen wir wieder ganz normal. Gut, wegen Dünger muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten mach. Ist das so, aber ich sollte mich jetzt auch ein bisschen sputen. Weil der Schmied macht gleich Feierabend. Und es wurde sich gewünscht, okay. Alles klar. Dann, äh, viel Spaß. Ne, aber Gold können wir noch. Nice. So, der hier rein. Ab in die Stadt. So, der hier rein. 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 So, der hier rein.